Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Florian und ich begleite euch heute zusammen mit der Lara durch den Track Modern Workplace. Und wir haben zwei sehr, sehr spannende Tage vor uns mit acht coolen Vorträgen. Und ich werde ein bisschen organisatorische Sachen noch sagen. Ihr könnt bei jedem Vortrag an den Live Notes teilnehmen. Das ist ein Google Doc, das poste ich gleich nochmal in den Chat rein. Da könnt ihr mit anderen, vor allem die, die online sind, auch gerne die vor Ort sind, mit dem Handy teilnehmen. Und da auch eure Notizen teilen, Fragen stellen und einfach gerne eure Erkenntnisse mit den anderen teilen. Der Link kommt gleich und die Lara wird euch gleich den Vortrag vorstellen. Genau. Hallo auch von mir. Ich bin Lara aus Team Google und habe heute die Ehre, mit dem Flo hier den Modern Workplace Track zu moderieren. Und wir freuen uns ganz besonders auf unseren ersten Vortrag. Oder ich freue mich ganz besonders, weil es sich da um einen unter anderem auch Google Kunden von uns handelt. Nämlich die Marantek Group, mit der wir seit Jahren eine partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen. Nicht nur im Google-Umfeld, auch im Atlassian-Bereich. Und Heiko N. wird uns heute ein bisschen was über den Weg der Marantek Group zu ihrem Modern Workplace berichten. Welche Herausforderungen da vielleicht auch aufgetreten sind und vor allem, was für ein Change-Prozess da gerade stattfindet. Und ja, wir freuen uns mehr darüber zu erfahren. Also Bühne frei für Heiko. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zum Kundenvortrag Der Weg zum Future Workplace bei der Marantek Group. Ich möchte euch einen Einblick geben, wie wir, wie Lara das gerade schon angekündigt hat, gemeinsam bei der Marantek Group die Evaluierung von Google Workplace vorgenommen haben. Wie wir dann auch im Projekt so vorgegangen sind und euch ein paar Internas als erstes Feedback nach der Go-Live-Phase auch mit auf den Weg geben. Damit ihr die Marantek Group ganz grob einordnen könnt, hier mal wirklich nur ein ganz kurzer Abriss, wer wir sind. Also die Marantek Group ist eine mittelständische Unternehmensgruppe, die aus 26 Unternehmen besteht, von denen neun für den weltweiten Vertrieb zuständig sind. Die restlichen Unternehmen sind produzierende Unternehmen und auch kleinere Organisationsanheiten, also Vertriebs- und Servicegesellschaften. Insgesamt haben wir 550 Mitarbeiter ganz grob weltweit. Wir bauen Antriebe und Steuerungstechnik für verschiedene Anwendungsbereiche, angefangen beim Garagentorantrieb über Antriebe für Außentore, Industrieantriebe für fast alle Typen von Toren und Sonderantrieben und Steuerung. 70 Prozent unseres Umsatzes machen wir im Export, haben aber im Bereich Dach die größte Anzahl an Kunden. Das sind so circa 3500 vom Schlosser, Metallbauer, Installateur bis hin zu Herstellern von Toren, Verladerampen oder branchenfremden Produkten. Da ist alles dabei. So, damit ihr aber auch wisst, wer hier spricht, möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz kurz einmal vorstellen. Ich bin der Heiko, 43 aus dem beschaulichen Bad Oeynhausen. 2008 habe ich mein Studium zur Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Ich beschäftige mich seit Jahren auch sehr intensiv mit psychologischen Themen, denn ich halte Kommunikation für wahnsinnig wichtig. Das ist auch gleich durchaus auch so ein Tenor dieser Vorstellung und da helfen einfach auch so psychologische Hintergrundwissen enorm. Mein Leitspruch, ich baue Brücken und beschleunige damit die Digitalisierung, ist dabei wirklich zu meiner Passion geworden und auch hier eine wesentliche Rolle geworden in der Marantik-Unternehmensgruppe. Ja, mein Ausgleich von der Arbeit ist eben das Kochen, denn eigentlich, das war man eigentlich ja tatsächlich auf Wunschberuf seiner Zeit als Jugendlicher. Die IT war damals, oder EDV, war damals eher noch ein Hobby. Jetzt so nach über 25 Jahren hat sich das halt einmal gedreht. Okay, los geht's. Wo kommen wir her? Ja, ich habe ja schon gerade die Marantik Group etwas vorgestellt. Hier einmal zusammengefasst, was ich anfangs bei der Marantik vorgefunden habe. Dort bin ich ja jetzt seit etwas über anderthalb Jahren als IT-Leiter tätig. Also wirklich ein Unternehmensverbund, viele Standorte, auch international, Produktionsstätten. Klar, mit mehr oder minder dem gleichen Produktportfolio, aber trotzdem verschiedene Produktionsprozesse und dementsprechend auch sehr heterogene Prozesse und auch verteilte Systeme. Wie arbeiten wir damit? Oder besser gesagt, wie haben wir gearbeitet? Es hat sich ja, wie gesagt, gerade in den letzten Monaten dazu einiges bei uns auch getan. Damit meine ich jetzt nicht, wie wir unsere Kundenaufträge in das System einlassen oder wie wir unsere Materialverfügbarkeit aufrechterhalten und unsere Produktionssteuern. Das macht ja unser ERP-System. Ich meine eher damit, wie wir im Unternehmen intern wie auch extern kommunizieren, kollaborieren, Wissen teilen oder ganz einfach, wie wir zusammenarbeiten. Wir hatten durchaus schon eine gewisse Basis mit der Atlassian-Toolchain bei uns im Hause. Das war so ein bisschen auch so der erste Anker für Standardisierung, eben über Jira-Tickets auch zu arbeiten mit hinterlegten Workflows und auch wirklich strukturierte Confluence-Bereiche. Daneben hatten wir ja eine vorwiegend Microsoft-On-Premise-Lösung, was eben auch ein Outlook-Exchange-Server anbelangt, den wir auch mit Teams auch gearbeitet haben. Für die Dokumentenablage haben wir, ich denke mal, da war der Fantasie freien Lauf gelassen, da haben wir alles oder die User auch alles genutzt, was sie so finden konnten. Also File-Server, irgendwelche Archive, auch MS-Teams-Bereiche, Confluence, das war ein ganz bunter Mix. Und zwischen diesem bunten Mix gab es kaum, also auch wenig Integrität dazwischen. Und auch so der Klassiker hat man auch so vorgefunden, halt interne E-Mails mit einem ganz großen Verteiler, NCC. Also ich denke mal, das ist auch alles nicht für den einen oder anderen ganz unbekannt. Ja, also Handlungsbedarf war also da. Wir wussten, dass moderne, neue Konzepte und Tools vorwiegend nur in der Cloud zu haben sind. Also lass uns da mal hingehen, war die Devise. Dass wir in die Cloud gehen, das war also von vornherein klar. Nur wohin? Bleiben wir eher bei Microsoft, das, was ja schon da war, und nutzen in Zukunft Office 365 oder wagen wir etwas ganz Neues und wechseln Google Workspace? Aber letzten Endes die Frage, die wir uns gestellt haben, Microsoft oder Google, ist das nicht dasselbe? Also vergleichen wir hier nicht eher ein Apfel mit einem Apfel oder eine Birne mit einer Birne? Um diesen vielleicht Vergleich zu umgehen, wagten wir dann eher den Blick unter die Motorhaube. Da muss doch halt irgendwas zu finden sein. So war unser erster Ansatz, was der eine oder der andere irgendwie besser kann. Also so rein technisch gesehen. Letzten Endes alles Quatsch im Nachhinein. Letzten Endes hat das zunächst geführt, zumindest nicht zu einer eindeutigen Entscheidung gegen den einen oder anderen Anbieter. Microsoft oder Google, letzten Endes mit beiden Lösungen wären wir mit Sicherheit zufrieden gewesen. Wie also jetzt die Abgrenzung schaffen? Also, was ist denn überhaupt das übergeordnete Ziel so eines Projektes? Oder auch, vielleicht auch etwas provokant gefragt, ist das überhaupt ein IT-Projekt? Also für mich von vornherein ganz klar nein. Sondern es ist eher ein Organisationsprojekt, ein Change-Projekt auch für mich gewesen. Was wir erreichen möchten, ist eine spürbare Veränderung. Denn erst das bringt uns in die Situation, Bestehendes zu hinterfragen und sich von alten Zöpfen zu trennen. Das haben wir dann zusammen mit den Fachbereichen, auch dem Management, soweit auch ausgearbeitet. Und das ist letztendlich auch dann die Frage auf eben, auf die Frage, wieso, weshalb, warum Google. Nämlich spürbare Veränderungen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sollte etwas von diesem Projekt mitbekommen. Jeder sollte sich und sein tägliches Arbeiten hinterfragen. Denn nur wer sich hinterfragt, kann sich eben auch verbessern. An dieser Stelle einmal kurz Luft geholt und einen Schluck zu trinken. Die Zitate wollte ich mir jetzt nicht vorlesen, die lasse ich einmal kurz wirken. Fassen aber genau das, was ich auch gerade gesagt habe, genau so nochmal zusammen. Wie sind wir nun vorgegangen? Also als erstes sind wir erstmal auf Cyber zugegangen. Die uns ja schon vorher bekannt waren. Wie auch gerade schon angekündigt, haben uns ja durchaus im Bereich der Listen-To-Shine schon betreut. Denn wir wussten, wir brauchen einen Partner für diesen Weg. Denn den werden wir nicht alleine schaffen. Seibert war dann während des Google-Projektes eben nicht nur sehr oft Impulsgeber. Sondern auch mit Sicherheit Seelsorger und auch Sparringspartner während des gesamten Projektes. Auch wussten wir, dass wir nicht alles auf einmal schaffen werden. Nochmal, unsere Unternehmensgruppe umfasst halt viele Standorte, national wie auch international. Und so groß war jetzt ja unser IT-Team auch nicht. Also haben wir uns erstmal bei der Phase 1 auf die deutschen Standorte auch konzentriert. Das waren eben vier Werke, aber auch davon schon knapp 400 User. Wir haben eine sehr intensive Kommunikation auch betrieben. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Wir haben Schulungskonzepte aufgebaut. Und wir haben auch von Anfang an mit dem Google-Guides-Prinzip auch gearbeitet. Beides sind Punkte, die hier auch gleich auf der Agenda nochmal separat auftauchen, weil sie halt enorm wichtig waren. Und bei dieser ersten Projektphase hatten wir dann eben auch das technische Setup der Google Cloud dann auch erstmal vorgenommen. In der zweiten Projektphase sind wir dann eben an die internationalen Standorte herangetreten, von groß bis klein. Wie gesagt, da waren viele Vertriebs- und Servicegesellschaften dabei, von einer Handvoll oder zwei Handvoll Mitarbeitern, aber bis auch wirklich größere Produktionsstätten bis zu 50 Usern. Teilweise ging das per Remote, teilweise bei etwas größeren Standorten haben wir aber auch gerade zur Projektphase, also das Beginn der Projektphase dann eben auch vor Ort Termine gemacht. Aber auch dort ebenfalls, ganz wichtig, das Thema Schulung und auch dort ebenfalls das Google-Guides-Prinzip auch angewendet. Schulung, ja, separater Agenda-Punkt, wie ich gerade auch gesagt habe, weil wir da tatsächlich zum einen Riesenglück hatten, dass wir Ende letzten Jahres wirklich vor der Projektstartphase an Werkstudenten aus dem Bereich Medienwissenschaften für uns gewinnen konnten, also einen Werkstudentenvertrag mit ihnen auch vereinbaren konnten und das passte natürlich total. Die Google-Tools waren ihm natürlich auch schon als Werkstudent sehr bekannt und durch sein Studium, was ja genau aus diesem Bereich Medienwissenschaften und Erwachsenenbildung auch kam, passte das super. Und mit ihm zusammen haben wir den Weg skizziert. Er hat eigenständig Schulungskonzepte auch erstellt und dann auch Schulungen in mehrstufigen Abstufungen, aber wirklich von Basic bis Expert Schulungen durchgeführt, auch in zwei Sprachen, Deutsch und auch Englisch später. Und das auch immer wieder rollieren. Das heißt, wir haben ganz oft halt diese Schulungsslot wöchentlich auch immer wiederholt, um auch so wirklich jedem aus der Marantek-Gruppe die Möglichkeit zu geben, nicht nur einmal, sondern von jetzt auch mehrfach an Schulungen auch teilzunehmen. Das Google-Guides-Prinzip hatte ich ja gerade auch schon angeteasert. Also das war mit Sicherheit, wie es hier auch steht, wirklich das Fundament auch für den Change auch gewesen. Wir konnten in der ersten Projektphase, also für die vier genannten deutschen Standorte, bei knapp 400 Usern 40, also 10 Prozent davon, wirklich als Google-Guides für uns gewinnen. Was haben wir mit den Google-Guides gemacht? Mit denen gab es natürlich ein sehr frühes Projekt-Onboarding. Die wurden also sehr früh in die Projekt-Abfüllung auch mit reingenommen, in die Kommunikation. Wir haben Weeklies für den Austausch dafür auch eingerichtet. Die Guides durften und auch sollten auch wirklich ganz aktiv an Entscheidungen auch mitgestalten, weil letztendlich auch die Google-Guides natürlich auch das Sprachrohr von, aber auch in die Fachbereiche wieder zurück sind. Und so natürlich als Multiplikatoren für die gesamte Kommunikation des Projektes auch gedient haben. Und natürlich auch später bei der Go-Live-Phase auch als Key-User bei Anwenderfragen auch supportet haben. Also das war wirklich ein ganz notwendiger Projektschritt an der Stelle, die Google-Guides. Und jetzt ist die Frage, hat das nun alles so funktioniert? War der Anspruch vielleicht hier und da doch ein, wird das zu hoch, die Zeit vielleicht auch zu kurz? Haben wir etwas vergessen? Also das Positive vorweg, es hat funktioniert. Das merken und spüren wir wirklich jeden Tag wieder aufs Neue. Die Aussage, die hier in der Mitte steht, oh, das ist ja cool, ist wirklich etwas, was wir sehr oft hören. Der Wandel, das Umdenken, der Spaß an der Arbeit ist wirklich eingetreten. Wir haben mit den Google-Tools eine wirklich für uns passende Ergänzung zu dem bereits bestehenden System, allen voran halt die Atlassian-Toolchain etabliert. Die Kombination aus der Atlassian-Toolchain und den Google-Tools, das ist halt unser Future-Workplace. Wie gesagt, unser, nicht der alleinige. Jedes Unternehmen steht woanders, hat eine andere Systemlandschaft. Da wird es natürlich auch andere Lösungen geben müssen. Trotzdem bleibt die Kernaussage bestehen. Google-Workspace alleine ist nicht die Lösung, aber immer ein Teil davon. Okay, Herausforderungen. Also klar, es gab mit Sicherheit auch wirklich sehr intensive Projektphasen, definitiv. Das war uns aber auch im Vorfeld schon klar. Was wir gelernt haben, beziehungsweise was sich bestätigt hat, ist Kommunikation. Also wir, es war völlig richtig, so viel auch zu kommunizieren. Wir haben jegliche Kanäle auch genutzt von persönlichen Gesprächen. Unsere Team-Talks, das sind quasi Unternehmens-Talks auch gewesen für die gesamte Belegschaft. Einzelgespräche, Gruppengespräche über die Google-Guides, alles ist halt Kommunikation. Und wir haben das durchaus auch immer mit unserer eigenen Kommunikationsabteilung, auch mit einem mitreißenden Projekt Marketing, auch begleitet. Also wirklich beides haben wir getan. Kommunizieren, Verständnis schaffen, Vorleben, Mitgestalten, ganz wichtig. Aber natürlich auch der Umgang mit Kontrast. Also mit den Google-Guides haben wir halt interne Multiplikatoren gefunden. Wir haben Mini-Erfolge auch da wieder aufgezeigt und auch kommuniziert. Und auch durchaus, wie gesagt, damit auch das intern und externe Marketing dann auch weiter forciert. Die Transformation, ja klar, der Wandel erfordert nicht nur ein anderes Denken, es erfordert eben auch Anpassung an bestehenden Systemen und auch Prozessen. Das geht am besten, wenn man es wirklich auch vorlebt. Und dafür braucht man auch eine gewisse Ausdauer. Das Projekt ist lang und auch hart gewesen, oftmals. Aber aufgrund der Modularität unseres Future Workplace werden wir halt auch ein Schnellboot anstatt eines Öltankers sein. Das ist ja das, was Sie auch gerade schon so angedeutet haben mit, oh, das ist ja cool. Know-how, das erfordert halt wirklich auch eine enge Projektbetreuung und auch Weitergabe. Auch da wieder Google-Guides und eben auch eine Bindung von intern und externen Know-how, was wir halt auch extern gerade mit Cyber auch bekommen haben. Wo stehen wir nun und was passiert alles noch? Wir sind, wie gesagt, jetzt mit den deutschen Standorten schon seit dem Sommer komplett auch durch, was das Thema Google Workspace anbelangt. Wir sind jetzt eben dabei, diverse Altsysteme auch abzuschalten, allen voran unser Exchange-Server. Wir haben auch eine Synchronisation zwischen Crowd, das ist ja die Benutzerverwaltung der Atlassian-Toolchain, nach Google auch geschaffen, dass wir nur noch eine Benutzerpflege an einer Stelle haben und vor allen Dingen auch die gleichen Berechtigungsstrukturen in Google Workspace haben, wie schon in der Atlassian-Toolchain. Wir sind gerade dabei, halt dadurch Google Drive-Strukturen aufzubauen und damit eben auch noch eine viel bessere Abgrenzung zwischen unseren Systemen auch herzustellen. Ihr erinnert euch, ich hatte ja gesagt, was ich so vorgefunden habe, wo man überall bei der Mantelgruppe halt irgendwelche Dokumente und Informationen abgelegt haben und wir geben da mit dieser Möglichkeit da halt den Anwendern einen viel besseren Leitfaden mit an die Hand. Wir erweitern unsere Schulung jetzt immer mehr Richtung Expertschulungen, gerade was Sheets, Docs und Co. auch anbelangt, aber auch die Atlassian-Toolchain wird weiterhin auch geschult, weil wir auch dort auch gemerkt haben, dass dort noch nicht alle angebordet sind und das tun wir auch weiterhin zweisprachig. So ein bisschen kleiner Ausblick, auch wo wir, wie gesagt, da auch schon dabei sind, das Thema so alte Zöpfe abschneiden. Also irgendwann wird mit Sicherheit auch der Tag kommen, wo wir den bestehenden Fileserver oder die bestehenden Fileserver in den einzelnen Standorten dann auch nur noch auf Lesen stellen. Dann haben die Google Guides oder die Fachbereiche eben noch durchaus Zeit. Relevante Dokumente, die halt auch noch aktualisiert werden müssen. Nach Google Drive zu portieren und wir sind auch noch weiter dabei, eben unsere Systemlandschaft, den Future Workplace mit den modularen Tools von Google auch weiterhin zu modernisieren und auch dann als System abzuschalten. Interessant ist aber auch durchaus, nicht nur die ganzen Tools aus Google Workspace, sondern auch Google als Hosting-Anbieter auch durchaus zu nutzen und das ganze Thema externes Berichtswesen und halt Business Intelligence mit Google BigQuery Data Studio. Das ist etwas, was wir derzeit auch wirklich viel vorantreiben. Wer aber mit Sicherheit eine eigene Session für sich. Ja, ein kleines Fazit vielleicht so zum Schluss. Auch hier darf ich einmal kurz die Zitate auch wirklich einmal vorlesen, weil die sind relativ kurz und treffen wirklich auch den Punkt. Also dieses Projekt und der damit verbundene Wandel haben sämtliche Fachbereiche aller Standorte in sehr kurzer Zeit viel enger zusammengebracht. Das ist wirklich auch so ein O-Ton-Zitat, was tatsächlich auch stimmt. Das haben wir wirklich auch gemerkt, halt intern über die vereinzelten Standorte auch kollaborativ zusammenarbeiten an Dokumenten bringt nicht nur Spaß, sondern bringt eben auch die notwendige Effektivität und Effizienz. Und mit Google Workspace haben wir wirklich ein Fundament an Tools für den stetigen dynamischen Wandel, der fortwährend auch wirklich notwendig sein wird. Alles ist halt auch im Change, auch im Wandel und wir haben da, denke ich mal, ganz gut voraussetzt, ganz auch viel geschaffen für diese Dynamik. Und genau damit kann ich auch nur jeden für den Wandel und auch Dynamik auch nur ermutigen. Es wird sich auf jeden Fall auch auszahlen. Ja, das waren soweit erstmal die Folien. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für alle kurzweilig und ihr konntet den ANO-Anderen Impuls auch mitnehmen. Gerne beantworte ich noch eure Fragen, falls es welche gibt. Auch nochmal vielen Dank an das Cyberteam, hier auch sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Heiko. Sehr, sehr spannender Vortrag. Da kann ich mich nur anschließen. Ja, hier gibt es Applaus. Ich hoffe, du hörst ihn, du hast ihn verdient. Danke. Erste Frage direkt von mir. Wenn du mal deine IT-Karriere an den Nagel hängen möchtest, dann findest du als Koch bei uns auf jeden Fall eine Stelle. Wir suchen mich gerade noch einen Koch. Sehr schön. Dann komme ich vielleicht auch zurück. Das wäre schön. Das war tatsächlich auch eine Info, die mir noch unbekannt war. Ja, siehst du. Da habe ich auch noch was gelernt bei deinem Vortrag. Behalten wir im Hinterkopf. Jetzt sehe ich aber gerade, dass auch online eine Frage reingekommen ist aus dem Remote-Publikum. Ich lese die einfach mal vor. Und zwar gibt es schon konkrete Ideen und Kriterien für eine bessere Abgrenzung der Systeme. Ja, durchaus. Das möchte ich einmal so zusammenfassen, eben alles, was wir an neuen Content auch erstellen und was noch in einer gewissen Veränderung ist des Contents, das möchten wir wirklich alles mit den Google-Tools auch abdecken. Wenn dann letztendlich der Content aber dann auch fixiert ist und der muss irgendwo abgelegt werden, dann schauen wir dann dementsprechend auch ein bisschen genauer hin. Ob sich dann halt dafür Drive-Strukturen auch eignen für die einzelnen Fachbereiche oder ob das eher projektbezogen ist, projektbezogene Sachen. Da benutzen wir eben auch sehr stark noch das Thema der Atlassian-Toolchain mit Confluence, Jira, Jira-Tars auch unten drunter. Dann gehört sowas dahin. Beispiel jetzt mal so ein Lastenheft, Pflichtenheft und so weiter. Das würde man dann eher dann, wenn es auch fertig ist, als PDF dort auch ablegen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, Dorothee. Ansonsten gerne nochmal einen Chat schreiben. Gibt es Fragen aus dem Publikum hier? Keine Fragen aus dem Publikum. Dann stelle ich nochmal eine Frage. Du hast erwähnt, ihr habt einen Studenten aus dem Themenfeld Medienwissenschaften mit reingeholt und das Schulungskonzept aufgebaut. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, gerade mit einem Studenten so ein wichtiges Thema anzugehen. Finde ich aber super, weil das auch nochmal so zeigt, so ein bisschen anders zu denken, dass eben kein IT-Projekt ist, dass man vielleicht nicht irgendwie zehn Jahre Erfahrung braucht, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen so ein anderes Mindset. Und gerade junge Menschen gehen ja vielleicht auch nochmal so anders an solche Projekte heran. Wenn Sie dann nochmal so ein bisschen was erzählen, warum ihr das gemacht habt, also auch gerade zum Studenten so eine Verantwortung zu übertragen. Habt ihr das in anderen Bereichen schon mal als Erfahrung gehabt oder Erfahrung gesammelt, dass ihr mit Studenten zusammengearbeitet habt? Oder gab es vielleicht auch einfach niemand anderen, der das machen konnte? Also das war mit Sicherheit eine mutige Entscheidung. Denn wir wussten jetzt eigentlich auch nicht, ob das auch wirklich alles so aufgeht. Letzten Endes war es wirklich ein Glücksgriff, dass wir auch über Saalbert auch so ein bisschen darüber auch sinniert haben, wie und auch mit wem können wir so ein Schulungskonzept auch tatsächlich aufsetzen. Klar hätten wir in den eigenen Bereichen rein von der fachlichen Expertise genug Leute dazu gehabt. Aber uns fehlt es eben da auch häufig einfach an der Didaktik. Wir sind dann technisch einfach oftmals einfach drüber. Und deshalb war so die Idee und auch der Zufall, Mensch, wir kennen da so einen Werkstudenten. Sprecht doch mal mit denen. Und das war wirklich dann der von mir gerade genannte Glücksgriff. Und das hat so wirklich auch so gut funktioniert, dass gerade das ganze Thema Schulung, Schulungskonzepte durch das ganze Unternehmen hinweg in diesem Projekt auch mit das größte Lob auch bekommen hat. Klingt gut. Zeigt wieder, dass man auch mit Studenten sehr, sehr erfolgreich sein kann. Finde ich sehr, sehr schön. Lara, du hast das Projekt ja auch mit begleitet. Was waren so für dich von außen die größte Erkenntnis in diesem Projekt? Also tatsächlich spielt das ein bisschen rein in das Thema, was der Heiko auch gerade schon angesprochen hat. Also der Student, der jetzt zum Beispiel die Schulung betreut hat, der war eben auch ein ganz fester Bestandteil dieses Projektteams. Also dass das Team, mit dem wir das Projekt umsetzen, eben auch nicht nur aus der IT kommt und nicht nur aus der technischen Perspektive drauf guckt, sondern man eben auch diesen organisatorischen Change mit begleitet. Und beispielsweise hatten wir in der Guides-Gruppe dann auch Vertreter, die aus der Unternehmenskommunikation waren, die wir immer wieder mit herangezogen haben, um eben auch stärker in die Kommunikation zu gehen. Und da hat zum Beispiel auch Linchpin eine große Rolle gespielt, weil wir da viel kommuniziert haben. Und das auch so ein bisschen einer der Kanäle war, die wir eben zu den Anwendern hatten und auch zu den Guides. Und da hat man wirklich schön das Zusammenspiel der Tools gesehen. Und das war jetzt für mich mitzuerleben auch cool, weil eben genau die Tools eingesetzt werden, die wir auch bei uns einsetzen. Und ja, es war schön, das Zusammenspiel da genauer kennenzulernen. Auch an Stellen sogar intensiver, als wir es teilweise ausleben. Ja, das ist schön, wenn der Kunde es auch besser nutzt, wie wir selbst intern. Ich glaube, es gibt noch eine Frage im Chat. Ah ne, es ist nur ein, vielen Dank für das Vertrauen. Okay, das war wahrscheinlich der Student. Genau, aber drüber ist tatsächlich, glaube ich, doch noch eine Frage oder beziehungsweise ein Dankeschön auch für den Vortrag. Und wie die Kosten und TCO-Betrachtung war. Ich weiß nicht, ob du dazu was tatsächlich jetzt so spontan sagen kannst, aber... Ja, also klar haben wir uns auch mit den Kosten auch vor befasst, die aber mit Sicherheit auch überschaubar waren. Wir haben jetzt keine große Return-Investment-Rechnung oder Sonstiges auch angestellt, weil ich glaube, ich habe ja in dem Vortrag auch angedeutet, dass wir in die Cloud möchten und auch wollen, war ja schon gesetzt. Wir wussten jetzt halt nur nicht genau, welche Richtung, aber die Entscheidung war auch schon vorgefallen und damit war natürlich auch eine gewisse Projekt-Budget-Freigabe auch schon damit auch mit verbunden. Die Google-Lizenz-Thematik, was letztendlich auch die Kosten waren, war das Größte. Selbst die Excel-Unterstützung durch Cyber, es war alles überschaubar und trotz wenig externe Aufwände halt mit einem ganz großen Ergebnis. Aber auch in dem Projekt muss man ganz klar sagen, also da haben wir schon ganz andere Projekte mit ganz anderem Budget auch durchs Haus getrieben. Und ich würde das wirklich so auch zusammenfassen, Aufwand nutzen steht ganz klar, der Nutzen ganz weit oben. Du hast von einem Mindset gesprochen, was sich auch so ein bisschen geändert hat. Das stelle ich auch mal wieder fest, Projekte sind heutzutage, Tooling-Projekte sind heutzutage keine reinen IT-Projekte mehr. Es hat viel mit der Kultur zu tun, wie nutze ich so ein Tool, wie gehe ich damit um, was verändert sich auch für meinen Alltag in so einem Moment. Jetzt hast du gesagt, das Mindset hat sich bei euch geändert. Hast du da so eine Auswirkung auch schon gemerkt auf andere Projekte oder auch vielleicht Dinge, die nicht nur digital stattfinden, wie die Belegschaft damit umgeht, wie man vielleicht auch offener, transparenter, intern auch vielleicht Feedback gibt, eine Feedback-Kultur vielleicht entstanden ist. Wer es noch nicht kennt, ihr habt ja auch einen super coolen Blog online, einfach mal nach Michaels Garage googeln. Das ist richtig cool. Die Marantek hat mich öffentlich einen Blog, ein Mitarbeiter ist das glaube ich einfach, der berichtet so ein bisschen über diese Change-Projekte und schreibt da ganz offen. Also gerne mal googeln und lesen, die sind richtig cool, diese Beiträge. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, ob sich da auch was geändert hat bei euch intern. Ja, also mit Sicherheit. Ist natürlich jetzt nicht alles nur auf dieses Google-Projekt natürlich auch zurückzuführen. Die Marantek-Gruppe ist ohnehin, das wird jede Kollegin und Kollege auch so unterschreiben, eben auch sehr dynamisch. Und weiß eben auch, dass diese Dynamik und auch die Flexibilität einfach auch notwendig ist und immer wichtiger wird in naher Zukunft. Nichts ist bei uns auch in Stein gemeißelt und das zeigt sich jetzt auch immer mehr. Da ist das Google-Projekt ein Beispiel für, dass das eben sehr gut auch geklappt hat mit den Fundamenten und den Säulen, die wir eben damit auch verbunden haben. Nochmal Google-Guide, Schulung und so weiter. Und das Schöne ist einfach, dass wir selbst nach Wochen und Monaten, nachdem wir schon gerade mit den deutschen Standorten ja schon live gegangen sind, wir immer noch wieder neue Sachen auch kennenlernen, immer wieder durchaus über den Flurfunk auch hören. Das funktioniert, das ist wirklich auch cool. Das sind einfach so die kleinen Dinge, wenn man so ein bisschen auch aufmerksam wirklich mit den Kollegen mal spricht oder mal in den Flur geht, mal Gespräche aufschnappt, am Kaffeeautomaten steht oder was auch immer. Also dieses ganze Thema Digitalisierung, auch mit den Homeoffice, wenn man das so alles in eine Schublade packt, dann hat das einfach bei uns, bei der Marantre-Gruppe unglaublich gut auch geholfen für die notwendige Flexibilität in diesem dynamischen Umfeld, wo wir uns jetzt auch befinden, auch wirklich super reingepasst. Ja, vielen Dank dafür. Wie viel hat Corona damit gespielt oder wart ihr eh schon auf dem Weg in diese Richtung? Ja, da waren wir schon vorher eigentlich sehr gut auch aufgestellt tatsächlich. Also jetzt natürlich nicht mit den Google-Tools, davor waren es eben die Microsoft-Tools, aber diese Flexibilität auch, was mobiles Arbeiten anbelangt, von zu Hause, von unterwegs, aus der Autowerkstatt, aus dem Urlaub oder was auch immer, das ist eben auch ein Konzept, dass wir definitiv auch Bestandteil bleiben bei uns. Also wir holen die Mitarbeiter jetzt nicht wieder zurück, sondern lassen es ihnen freigestellt, von wo sie dann auch ihre Arbeitsleistung auch bringen. Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun, keine Frage, aber auch durch solche Projekte und durch so eine enge Kommunikation zwischen den Kollegen und Kollegen, auch zu den Fachbereichen, ist dieses Vertrauen aber auch durchaus auch da, das auch soweit zu tun. Mich. Eine letzte Frage noch von mir. Wenn du eine Sache anders machen könntest in dem Projekt, also nochmal komplett am Anfang gehen und eine Sache anders machen, was wäre das? Spannende Frage zum Schluss, super, ja. Also ich möchte das mal vielleicht so ein bisschen persönlich beantworten, tatsächlich so wirklich so aus meiner Sicht heraus. Und leider war das Google-Projekt halt nicht das einzige Projekt, was ich dann auch derzeit so auf dem Tisch hatte. Das heißt, hier und da hat mir auch wirklich dann auch die notwendige Zeit auch mal gefehlt, wirklich auch mal ein bisschen tiefer in gewisse Themen mich auch mal reinzuschrauben, was mich auch interessiert hätte, definitiv. Aber ich habe halt ein extrem gutes Team, ja, was das dann auch dementsprechend auch übernommen hat. Die haben es da auch dann wirklich auch richtig reingebohrt, fachlich und auch technisch in diese Themen. Hätte ich auch hier und da ganz gerne mal selber auch gehabt, aber das war einfach dann mangels Zeit von anderen Projekten dann halt nicht möglich. Aber ansonsten war das einfach nur ein Projekt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Das freut mich zu hören, vor allem, weil wir ja auch involviert waren. Ja, ich glaube, aus unserer Perspektive kann man da auch nur berichten, dass es immer, also an sich läuft das Projekt in Teilen ja auch noch, also die Zusammenarbeit ist ja noch nicht vorbei, aber es hat uns auch viel Spaß gemacht. Und die Weeklys, die wir jetzt wöchentlich hatten und haben, die waren auf jeden Fall immer auf der Liste der Lieblingstermine anstatt der Hasstermine. Und also das macht wirklich sehr viel Spaß mit euch, weil man diesen Willen, auch was zu verändern, einfach merkt. Bei euch natürlich in dem Projektteam, aber auch bei den Usern, die wir zum Beispiel in der Geizgruppe hatten und das ist nicht selbstverständlich. Und von daher war es auch schön, hier nochmal so einen Einblick zu hören. Wenn jetzt hier keine Fragen mehr sind und keine Fragen im Chat mehr kommen, dann würde ich sagen, können wir den Sack auch zumachen. Wir danken dir ganz herzlich, Heiko. Und ja, noch viel Spaß, falls du dir andere Vorträge anschaust. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass im Chat nochmal nachträglich irgendwie Fragen kommen oder auch an das Remote-Publikum. Ihr könnt Heiko ja auch über die Plattform noch erreichen und da eure Fragen stellen. Ansonsten schicken wir gleich noch einen Link auch für Feedback durch zum Vortrag und danken dem Publikum ganz herzlich und vor allem natürlich dir, Heiko. Vielen Dank, ich danke auch. Dankeschön.